Heute sind wir in Münster! Münster, das ist die Postkarte unter den Städten im Westen von Deutschland. Jung, dynamisch, wunderschön und vor allem entspannend. Wir zeigen dir jetzt Münster in 5 Minuten. Der Prinzipalmarkt ist das Herzstück der Altstadt und besonders am Morgen ist es hier schön, wenn die Sonne aufgeht und du ganz ohne Trubel die vielen Details an den historischen Häusern entdecken kannst. Münster wurde wegen der hohen Lebensqualität mehrfach ausgezeichnet. Das Rathaus gilt als eines der schönsten gotischen Gebäude Deutschlands. Der Friedenssaal ist nicht nur wunderschön gestaltet, sondern hat auch eine historische Bedeutung. Denn 1648 wurde hier der 30-jährige Krieg beendet. Am Prinzipalmarkt gibt es noch weitere Highlights. Direkt am Prinzipalmarkt steht auch die Lamberti-Kirche. In den drei Kirchen dort oben wurden mal die toten Körper der sogenannten Wiedertäufer zur Schau gestellt. Die ganze Geschichte dazu gibt es bei uns auf der Website www.thetravelers.world. Von oben hat man einen schönen Ausblick auf die ganze Stadt. Dazu später mehr. In der Nähe befindet sich auch der Dom. Sehenswert sind hier die riesige Orgel und die astronomische Uhr aus dem 16. Jahrhundert. Das LWL-Museum für Kunst und Kultur beherbergt Ausstellungsstücke vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Jeden zweiten Freitag im Monat hat das Museum bis 24 Uhr geöffnet, dann ist der Eintritt am Abend sogar frei. So, jetzt haben wir aber auch langsam Hunger. Und da haben wir einen besonderen Tipp. Das Gasthaus Großer Kiepenkerl ist in ganz Münster bekannt. Hier setzt man besonders auf nachhaltige und regionale Küche. Und ich habe Matthias bestellt und Cengiz Roast Beef. Na dann, guten Appetit. Zehn Punkte für das super leckere und super frische Essen. Und dann wird es Zeit für eine angenehme Nacht. Und zwar im Mövenpick Hotel. Das Wellness-Angebot ist sehr zu empfehlen. Wir waren gleich zwei Stunden im Saunabereich. Es ist Entspannung garantiert. Und dann haben wir uns auf dieses Mega-Frühstücksbuffet am nächsten Tag gefreut. So, wir hatten eine angenehme Nacht und ein leckers Frühstück. Das Buffet ist ja echt riesig hier. Und jetzt geht es zu unserem nächsten Highlight, nämlich zum Zoo. Der ist nur zwei Kilometer entfernt. Da kannst du direkt mit dem Fahrrad oder mit dem E-Scooter fahren. Der Alvetta Zoo ist das perfekte Ausflugsziel für einen entspannten Tag. Viele Gehege, wie hier der afrikanische Bereich, sind so angelegt, dass man den Tieren wirklich sehr nahe kommt. Fast 3000 Tiere, darunter auch einige seltene Arten, leben hier im naturnahen Lebensraum. Eine Oase der Ruhe ist der Botanische Garten der Universität Münster. Hier findest du Pflanzenarten aus aller Welt. Und der Eintritt ist frei. In der Nähe befindet sich der Aasee, ein echtes Freizeitparadies. Wir haben es uns am Aasee gemütlich gemacht. Er liegt nur 10 Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt. Und hier kannst du chillen, schön spazieren gehen oder... ...oder Boot fahren. Wir haben uns ein Tretboot gemietet und cruisen jetzt hier auf dem See rum. Puh, ganz schön anstrengend. Jetzt müssen wir uns wieder mal stärken. Und zwar bei Beach-Schwester. Beach-Schwester ist ein digitalisch-veganes Tageskonzept im Prinzip und wir haben Crossover-Küche aus der ganzen Welt. Mh, einfach lecker. Am Abend empfehlen wir dir den Stadthafen. Hier treffen sich viele junge Leute. Es gibt Bars und Bistros für jeden Geschmack. Und dann kommt unser Highlight. Wir durften auf den Turm der Lamberti-Kirche mit der One-and-Uni-Türmerin Martje Salje. Ich finde toll die Verbindung von der Tradition, weil das ja ein uralter Job schon ist, mit der Moderne. Dass ich auch die Aufgabe habe, darüber zu recherchieren und das auch zu arbeiten. Dass ich in meinem Blog darüber berichten kann, Internet, ich bin die erste Türmerin mit Internet auf St. Lamberti. Ich finde das einfach klasse. Tschüss Münster! Und Aachen ist eine weitere historische Stadt im Westen von Deutschland. Also schaut uns unser Video Aachen in 5 Minuten.